Musik So, da sind wir. Na, wie ist es? Ihr seht alle so gut aus. So erholt. Und du, warst du in Urlaub? Wo? Kössen. Österreich. Ist aber kein Wasser. Ein bisschen Wasser. Ja, ist so ein See wahrscheinlich. Kössener See. Nicht, äh, Chiemsee. Ja, gut. Ja, weißt du, Erdkunde war damals nicht mein Ding. Ich war ein Mathe-Genie, wie viele sich vorstanden. Applaus Ich habe irgendwie das mit dem Urlaub verpasst, aber ich habe in Zeitschriften gesehen, die hippen Badeanzüge, ne, für die Saison. Das waren so welche, also, äh, äh, Bikini oder Badeanzug bei dir? In dem bisschen Wasser in Österreich. Sag, sag, Bikini? Ach doch noch. Ja. Entschuldigung. Nein, das kann ja sein, dass wenn man das jetzt alles netto sieht, dass das ganz, äh... So, ich rede mich gerade um Kopf und... Okay. Moment, Moment. Nein, ich wollte über diese... Also, ich trag ja... Gar nichts in der Art, weil ich gehe ja nicht ins Wasser, deswegen kann ich mit was ganz... Also, aber ich habe gesehen, die hippen Badeanzüge, die waren so, so mit Leo-Gedöns, also Leo-Print und so. Und dann war hier vorne drauf, äh, sau teuer die Dinger, ne. Also teurer als ein ganzer Urlaub, aber... Pass auf, hier war so ein Löwenköpfchen, so ein Löwenköpfchen. So hier die Augen, ne, so. Und was meinst du, wo die Ohren waren? Ja, die waren dann so, hier, ne. Nur, was sich der, äh, Badeanzughersteller so gedacht hat, ist ja in der Realität oft nicht so... gegeben. Also hingen bei den meisten Löwen die... Ja. Da hingen den Löwen die Ohren über die Augen. Ja, so sieht's aus. Das an den Strändern von Italien und Griechenland. Was sollen die Flüchtlinge denken, wenn die da ankommen? Dann müssen die doch als erstes denken, Deutschland? Das ist ein Rudellöwen mit Adipositas. Das ist, was sie denken. Hallo? Ja, willkommen in Deutschland. Ey, sag mal, seit ich aus der Sommerpause zurück bin, drehen alle am Rad oder was hier. Schlechte Neger, wunderbare Neger. Wo sind wir? Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ende Gelände. So. Ich hab mich zu Hause... Ich hab mich... Ich komm ja aus dem Ruhrgebiet, ne. So, pass auf. Ich hab mich... Ja, danke. Das finde ich einen gerechtfertigten Applaus. Ich hab mich zu Hause erkundigt, ob irgendjemand, den ich kenne, verwandt ist mit diesen beiden Bauern, die vor 150 Jahren das Ruhrgebiet quasi... Also die Gegend so den Acker... Ne? Ihr wisst schon. So. Keiner ist mit denen verwandt. Die müssen kinderlos gestorben sein, diese beiden Bauern. Wir im Ruhrgebiet, wir sind ausschließlich Nachkommen von Flüchtlingen. Und zwar von der ganz bösen Art, von der Wirtschaftsflüchtlingsart. Die sind alle ins Ruhrgebiet gekommen, um unter Tage zu arbeiten und damit reich zu werden. Mit dem Reich werden war ein Scherz. Kann man aber nicht wissen, wenn man nicht aus dem Ruhrgebiet kommt. Also ich zum Beispiel, ich hab meine Mutter gefragt. Ich komm zu einer Hälfte aus Polen und zum anderen aus Westfalen. Ja, was ist schlimmer? Ne, also die Westfalen, die sind ja sehr... Hallo erstmal. Iris Berben zum Beispiel, die kommt aus Ostwestfalen... Lippe. Ja, das war das Ende, wo ist das denn? Ne, da ist ja nichts mehr. Da ticken die Ohren so langsam, da wirst du noch nicht mal Elcher. Also... Ich muss gestehen, da ist mir so eine polnische Fliesenleger... Schwarzarbeiter-Dynastie ist mir... Also ist mir irgendwie... Ist mir näher, ne? So... So, und als wir im Ruhrgebiet endlich durch waren mit dem polnisch-ostdeutschen Gemengelage, mit dem Gedöns... Wer kam dann? Der Italiener. So... Dann kam der Italiener. Die sind natürlich nicht unter Tage gegangen. Sie waren so... Ne? So... Die haben das gemacht, was sie immer machen. Eis und Pizza. Hat uns auch nicht geschadet, außer... Ne? Und natürlich der Italiener Amore. Mhm. Und Bambini. Jede Menge. So... Und da kann es schon mal sein, dass so eine Bambina so ein bisschen außer Art schlecht. Und eine ganz böse Italienerin wird. Die erste Künstlerin mit Migrationshintergrund. Die Sophia Loren des Ruhrgebiets. La Signora! Hey! 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 Danke! Oh Gott, freut mich! Danke! Ich freu mich! Ich freu mich, hier zu sein wieder in Köln. Ich hab auch was mitgebracht. Hexra aus Italien. Hier, pass auf. Hier, Oregano. Guck mal. Riech mal. Riech mal! Riech mal! Ne, du sollst sie nicht pressen. Ah, schön. Ne, schenk ich dir. Guck dir das an. Ah! Riech gut. Aber das ganze Jahr wollen wir doch, dass es gut riecht. Bei uns zwei. Da, wo wir entlang gehen. Am besten ist es doch, wenn wir die Duftquelle sind. Versteht ihr? Ver... Ne. Um prezöser zu werden, mir geht es hier um den individuellen, körperlichen Duft. Und man verkrampft die dritte Reihe. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich hatte nicht vor, meinen Kopf unter den Achseln zu stecken. So scheiße ist mein Leben gar nicht. Denn der körperliche, individuelle Duft, oder wie wir ihn auch gerne in Italien nennen, il gusto penetrante, soll ja gar nicht gerochen werden. Es gibt doch einige Naturschutzgebiete, die sollten unangetastet bleiben. Denn er soll ja nett riechen, ne? Und deswegen bespritzen wir uns mit Parfum. Ich würde jetzt einige Männer irritieren. Aber wir Frauen, wir riechen nicht von Natur aus nach frisch gemähten Heuhaufen. Ne, gib Parfumsi, wenn du die draufknallst, bist du nicht nur frisch und froh. Da kannst du auch singen. Glaub mir keiner, ne? Ich hab mal ein paar Infos vom Beipackzettel. Wenn ich ihn finden würde. Warte. Ah, da ist er. Ruhe, ich lese. Nur wenige Tropfen, ist meine Lesestimme. Nur wenige Tropfen auf die geheimsten Stellen des Körpers getupft. Versteht's? Die meinen die untere Bastion. Und schon entfällt dein Parfum seine ganze Verführungskraft. So, jetzt denk mal drüber nach. Wenn das wirklich stimmen sollte. Na geheimvollen Stelle. Meinst du nicht, das hätte sich rumgesprochen? Meinst du nicht, dass aufgrund dieser pikanten Information sich Millionen Frauen weltweit literweise Chanel in die Spardose gekippt hätten? Und eins kann ich euch versichern, Mädels. Das Zeug brennt. Und zwar noch lange. Was soll das denn? Riechen wir Frauen von Natur aus so schlecht? Wir, die wie kein anderes Lebewesen mit dem Laugeneimer hantieren können. Und wenn wir was schwitzen, ja, wir Frauen schwitzen auch. Lass mich das ruhig mal ansprechen, Junge. Und eins kann ich dir versichern, wenn man so ne Weibschiedrüse in volle Fahrt gerät. Moin lieber Jolie. Da ist kein Halten mehr. Da rast ja die Suppe die Hormonkanäle runter. Und wenn wir wirklich den Mann mit einem besonderen Duft betören sollen. Verführen sollen. Wäre nicht besser, wenn wir nach Motoröl riechen würden? Hör mal, wer hat dich anregender für den Männchen Jagdinstinkt, wenn wir unseren Körper mit dem Grillanzünder einreiben würden? Wonach soll denn eine Frau riechen? Oben nach Morgentau und nach Füße nach Frische Brise und im Unterholz nach Sonnenaufgang in Thailand? Guck mal, in jedem von uns, gebe zu, steckt doch... ...ein Puma. Ein Hyäne. Ein Wildpferd. Sind Ratti und Schaff für die Kanickel und wollen nach Lavendel und Jasmin riechen? Nein! Deshalb fordere ich Schluss mit dem Selbstbetrug. Her mit dem eigenen Geruch. Viel zu wirklich... Ich bin noch nicht fertig. Viel zu wirklich mich, dann riech ich nur für dich. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin in deiner Nase... ...ein geiler Hoppelhase. Jetzt bin ich fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. La Senora! Wuh! Applaus Ah! Applaus Riecht ein bisschen streng. Aber lecker. So. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsfamilie. Lieblingsrubrik. Habt die Brille schon auf. Die Briefe von Männern. Ah! Immer wieder gerne. Jungs, wenn ihr irgendein Problem habt, so banal es euch auch, schreibt es mir. Ich find's so spannend. So. Heute schreibt mir ein gewisser Herr B. Gossmann aus Bad Fallingbostel. Naja. Frau Jahnke. Wenn ich mit meiner Lebensgefährtin im Bett einen Film gucke, wo am Ende der Mann seiner Freundin einen romantischen Antrag macht, seufzt meine Lebensgefährtin immer ganz laut. Dann fängt sie ein bisschen an zu weinen. Und guckt mich ganz erwartungsvoll an. Wieso macht die das? Das geht schon seit acht Jahren. Kann es sein, dass sie auch heiraten will? Ey, sag mal. Also hör mal, B. Gossmann, ich bin keine Eheberaterin. Im Gegenteil, ich rate ab, ja. Ich glaub, die Einzigen, die die Ehe so richtig toll finden, das sind diese 9000 Scheidungsanwälte in Deutschland. Also eine Hochzeitsfeier, die ist ja fast genauso gruselig wie eine Halloween-Party. Nur, dass bei einer Halloween-Party die Gäste in der Regel geschmackvoller angezogen sind. Ich weiß es nicht. Und diese ganzen, diese ganzen jungen Frauen mit Weddingplanern und sauteurem Brautkleid, da drunter Unterwäsche wie eine Hafennutte, ne? Was die vergessen ist, dass wenn die mit diesem Event fertig sind, dass du dann den Mann unter Umständen jahrende an der Hacke hast. Der, der, der schönste Tag im Leben einer Frau, das kann der Anfang vom Ende sein, meine Damen. Also, und wenn man dann einen B. Gossmann geheiratet hat, und dann taucht plötzlich ein A. Gossmann auf. Ein A-Hörnchen. Das ist wie im Restaurant, ne? Du sitzt mit deinen Freunden, bestellst dir was, und dann denkst du, ja, das wird lecker. Und wenn du dann siehst, was die anderen essen, dann willst du das lieber haben. So ist das. Aber, komm. Man kann sich ja auch aus dem Internet einen runterladen. Und jetzt mit den 3D-Druckern. Ich weiß nur nicht, was man oben reintun muss, damit unten auch was ordentliches rauskommt. Aber ich sag mal so, ne? Erst kommen Ehe, dann kommen Kinder und dann ist Schluss mit Vögeln, Leute. Aus Berlin, Kirsten Fuchs, bitteschön. Ja. Aus Berlin, Kirsten Fuchs Meine Eltern. Zwei Stunden Sonne reichen mir und Christian schon. Nur ein ganz klein wenig Licht und schon springen unsere Hormone an. Jetzt laufen wir rum und sind verknallt wie die Teenies, sind aber leider keine Teenies mehr, können also nicht schön im Kinderzimmer knutschen. Denn das Kinderzimmer ist ja jetzt das Zimmer von unserem Kind. Und wir passen gar nicht zusammen auf das Kinderbettchen. In der Woche müssen wir beide arbeiten und am Wochenende ist die Kleine zu Hause. Klar ist es schön zu sehen, wie sie aufwächst und das ganze Zeug, aber Ficken wäre auch schön. Schon mal notgeile Väter das Geländer an der Rutsche auf dem Spielplatz runterrutschen sehen? Oder notgeile Mütter beim Schaukeln so unnatürlich hoch lachen hören? Es ist ja nicht so, dass wir nur weiteren Nachwuchs machen wollen. Die paar Minuten würden sich schon irgendwie finden. Das Zeugen könnte man, hier finde ich die Redewendung, wirklich schön auf einer Arschbacke absitzen. Aber man will es ja auch mal ein bisschen schön haben, schön, so mit Zeit. Abends ist einer von uns beiden müde und kann gut stillhalten. Da ist auch schon eine Menge möglich. Eigentlich ist das oft sogar besser, als wenn beide aneinander vorbeifummeln und sich weder auf Tempo noch Richtung einigen können. Einfach weil man so aufgeregt ist, dass man mal wieder aufeinander trifft. Dann ist das wie Formel 1, aber einer linksrum Nürburgring und der andere rechtsrum Nürburgring. Oder es ist wie Tanzen gehen wollen und einer hat ein Samba-Röckchen an und der andere pfeift Tango vor sich hin. Trotzdem ist es auf Dauer nicht gut fürs Liebesleben, wenn nur einer von beiden wach ist. Richtigen Sex kann man am Wochenende während der Mittagsschlafzeiten des Kindes haben. Da wissen die Gegenüber auch Bescheid, wenn man mitten am Tag die Gardinen zuzieht. Die wissen eh viel zu viel. Fairerweise wissen wir auch viel zu viel über die Gegenüber. Christian sagte letztens, ich solle die Polizei rufen, drüben mache jemand Bewegung, als würde er eine Knarre laden. Nein, der saugt so Staub, sag ich. Aber seine Frau kniet vor ihm, sagt Christian. Ja, die hat immer einen fuseligen Kragen, sag ich. Aber vielleicht machen die auch was anderes, glaubt Christian. Nein, informiere ich ihn, dann machen die auch die Vorhänge zu, wenn die was anderes machen. Woher willst du das denn so genau wissen, fragt er. Weil ihre Vorhänge durchsichtig sind, darum. Außerdem mal ehrlich, was gibt's denn für einen anderen Grund, mitten am Tag die Vorhänge für eine Stunde zu schließen? Fotos entwickeln, die Fledermaus füttern oder die neuen phosphorisierenden Pilze mal ausprobieren? Ist doch egal, beschließt Christian und zieht die Vorhänge zu. Ich kann so nicht, sag ich, wenn die drüben genau wissen, was wir machen. Also Vorhänge wieder auf, fragt er, dann wissen sie wenigstens ganz genau, was wir machen. Ich schüttel den Kopf und sag, guck mal, ich hab einen Diaprojektor gekauft, der kann einen Film auf den Vorhang werfen, das sieht man von der anderen Seite und dann denken die das wie nur einen Film sehen. Geil, oder? Na ja, geil, sagt Christian, ist was anderes und geleitet mich entschieden und galant zum Sofa unserer Insel der Leidenschaft, in mitten einer Wohnung voller klebriger Bälle und zerrissener Bücher. Mit Augen voller Eroberungswillen fummeln wir uns gegenseitig aus der Bekleidung. Schatz, du riechst irgendwie verboten. Nee, da liegt ne volle Windel neben deinem Kopf. Scheint ihn aber nicht gestört zu haben, er hat eine feine Erektion, hart wie es ist die Holzeisenbahn der Tochter. Wir werfen sie lachend vom Sofa, so leicht sind wir nicht aus der Stimmung zu bringen. Sind deine Brüste gewachsen? Nee, das ist Lottes Stoffball. Aber dein Arsch ist schön prall, das ist der Kopf von Lottes Püppi. Lottes Püppi ist wie immer nackt, sie liegt unter mir, ihre Beine so nach hinten gebogen, dass es beim Hinsehen weh tut. Ich weiß nicht, sagt Christian, jetzt will ich irgendwie nicht mehr. Wir machen eine kleine Pause und räumen erstmal das Sofa frei. Geht's wieder? Frag ich sensibel. Wir versuchen es einfach. Zu meiner Überraschung geht es sogar sehr gut, also für ihn. Mir geht's doch ein bisschen zu schnell, dass er einfach beim Fummeln an meine Rippe abspritzt. Achso, er hat sich auf die Salbe mit der Popocreme gekniet. Wir lachen und danach klappt es endlich. Es ist doch wie bei Teenies, wir dürfen nicht so laut sein. Früher schliefen die Eltern nebenan, jetzt sind wir die Eltern und das Kind schläft nebenan. Als wir total entspannt auf dem Sofa liegen, sehe ich, welchen Film der Diaprojektor abspielt. Eine heftige Liebesszene aus einem Film mit heftigen Liebesszenen. Na toll, jetzt denken die gegenüber, dass wir Sex hatten. Ja, hatten wir ja auch, sagt Christian. Ja, aber nicht so, sag ich und zeig auf den Film auf dem Vorhang. Fünf Körper in Uniform der römischen Legionäre rocken übereinander mit Pfauenfedern im Anus. Ich bin ganz verzweifelt. Jetzt müssen wir vorspulen, damit sie sehen, dass das ein Film ist, sag ich. Na, dann denken sie, dass wir ganz schnell Schweinkram machen. Christian lacht. Ich habe eine Idee, rufe ich. Wir machen einfach den Vorhang auf und dann sehen sie ja, dass das nur eine Projektion war. Gesagt, getan, schneller als Christian sagen kann, aber zieh dir vorher noch was an. Ist sowieso egal, gegenüber sind alle Vorhänge zugezogen. Dankeschön. Ja, ich glaube es ist der Moment, wo wir auch über Sexualität sprechen können. Ich habe den Eindruck, ihr seid soweit. Gut, dann fangen wir mit Viagra an. Liebe Männer, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt jetzt Viagra Plus. Das wirkt auch zu Hause. So. Nein, ich erinnere mich gut. Also damals, als ich noch in Discos gegangen bin, also als ich jünger war. Aber ihr seid ja auch nicht von vorhin. Also. Da war es, da war es dann immer so, dass die Jungs irgendwann so, äh, sich so ranwansten. Und dann sagte, sagte so ein Junge dann, hör mal, nimmst du die Pille? Ne? Die hatten ja sonst von Tuten und Blasen keine Ahnung, die Jungs. Aber die wussten den Satz, mussten sie fragen. Und wenn man dann sagte, ja, dann haben die dieses Ja verwechselt mit dem eigentlichen Ja. Ne? Also musstest du immer dazu sagen, ja du Honk. Aber nicht für dich. Ne? So, jetzt, wenn du jetzt in die Disco kommst, dann sagt der Mann zu dir, hör mal, ich nehme die Pille. Sag mal, was ist da los? Was ist da los? Ist es, wird es alles nur noch reduziert auf, ähm, also das, das, ich sag mal, Dings. Ne? Das Dings, der Dings, scheißegal. Also, das, der Dings, so, also, wird das, ist das, ist das, also, ne? Ich meine, haben alle Männer den Dings kaputt? Habt ihr alle eine erektile Dysfunktion, Jungs? Oder ist jetzt Sex, also Sexualität eine Krankheit? Ich verstehe es nicht. Wenn es nur auf den Dings reduziert wird, dann ist doch der Mann am Dings. Das ist doch dann ein riesiges Anhängsel. Ich meine, es ist ja, es ist ja oft viel Mann an wenig Dings. Nein, es ist natürlich auch umgekehrt, dass ganz wenig Mann an überraschend viel Dings ist, also, ne? Aber wie dem auch sei, du hast immer das ganze Mann da drum rum, also, da könntest du dir doch besser was kaufen, was auch schön ist. Und was, und was man in allen Farben kriegt, ne? Was man nicht zum Duschen überreden muss, was keinen überraschenden Lärm macht, ne? Und was auch ins kleine Reisegepäck passt. Stell dir mal vor, du musst den ganzen Mann mit dem Dings da, was willst du dem Zollbeamten sagen? Mir geht's nur um das Dings, aber der Mann hängt dran, ne? Nein. Und wenn du dann fertig bist mit dem, mit der Nummer, ne? Dann kannst du das Dings, also, dann kannst du, dann kannst du das, ne? Einfach weglegen und dann was Wichtiges machen. So sieht's aus. So, und, und zum Thema, zum Thema Viagra für Frauen. Was soll das machen? Blind? Und... So, pass auf. Pass auf. Jetzt kommt eine Künstlerin, die kommt so gesehen von Hause aus aus Italien. Und die ist mit dem Mann da, der braucht gar... Also, der kommt von Hause aus aus der Linnenstraße, ne? Und die haben in zwei Jahren sechs Söhne gekriegt. So. So sieht es bei denen zu Hause aus. Und jetzt erzählt sie eine weitere Geschichte aus ihrem Leben. Margie Kinski! Hey! Danke! Hi! Da! Guten Abend, Köln! Ja! Ich bin Margie, und wir haben eine Knallerfamilie. Ja, wir sind die Mockridges. Und wir wohnen in Bonn-Ende nicht. Und dabei ist der Holzfäller, ja? Viele kennen ihn von der Lindenstraße, als der Mann von Mutter Beimer. Aber in echt ist das mein Alter, ne? Das wollen wir schon mal klar sagen. Dann haben wir unsere Oma dabei, meine Mutter. Die wird dieses Jahr hoffentlich 90. Super Oma, ja? Und die Oma hat zwei Lieblingsflüssigkeiten in ihrem Leben. Sie ist sehr katholisch, wie wir alle. Das erste ist Lourdes Wasser, ne? Kennt ihr bestimmt. Das zweite ist 47. Elf! Siehste, sag ich doch. So! Und dann haben wir natürlich die sechs Jungs. Und als die Jungs klein waren, ihr kennt das bestimmt, Schulferien, das war Stress in Tüten, ja? Eigentlich bei uns Stress im VW-Bus. Meine Güte! Bis wir die da alle angeschnallt hatten, ja? Sechsmal Kindersitze. Ich bin Römerin, wir sind immer in den Schulferien von Bonn Ende, nicht? 18 Stunden mit dem scheiß VW-Bus bis nach Rom-Zentrum gefahren. Hör mal! Das war Abenteuer pur, ne? Also alle Jungs angeschnallt, dann jeder der Gameboy in de Hände, de Musik in de Ohren, dann jeder sein Schnuffeltuch und wir los. Wir sind da natürlich immer gerne nachts gefahren, ne? Holzfäller und ich vorne, dazwischen nen Korb mit Kaffee, Cola, alles was wach macht. Hinten de Oma, de Oma super mit so nem Tupperdöschen, ne? Drinnen nen Waschlappen. Dieser Waschlappen wurde zu Hause in 47.11 getränkt. Hör mal! Das Ding war ein Multitalent, der war gut für alles. Für Schweiß, ne? Sogar die Fliegen auf der Windschutzscheibe hat sie mit weggekriegt. Und dann hat die Oma immer die Kinder schön sauber gerubbelt. Ich sag, Mama, das ist eklig. Und sie, ne Kind, da ist Alkohol drin, da schlafen die besser. Hör mal! Wir, ne? Immer nachts durchgefahren und dann morgens, da ging das immer los, ne? Kaum waren die ersten Sonnenstrahlen in unserem alten schrabbeligen Bus, da ging das hinten los. Mama, ich muss mal! Mama, der hat mich! Und dann der Klassiker, kennst du das? Mama, der ist über meine Grenze! Hör mal! Oder? Unglaublich! Die Jungs, alle ne Fünf in Erdkunde, aber der ist über meine Grenze! Schöße! Ha, 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 ha! Ja! Und ich, ich hab immer vorne gerufen, jetzt haltet alle die Klappe dahinten, ich hab meine Droge noch nicht gehabt. Ja, ich bin Italienerin, meine Droge ist Kaffee, ohne Kaffee läuft nix bei uns, ja? Und der Holzfäller, der hat sich immer lustig gemacht. Oh, die Mama hat ihre Drogen noch nicht gehabt. Oh, da müssen wir ja schnell an die Raststätte, sonst rastet die Mama aus ohne die Droge. Also wir, zack, an die Raststätte. Es gab Reisen, wir konnten mit der Sunny Fairböckchen umsonst frühstücken, Leute. Echt, echt, super, ne? Dann, dann alle Kinder, natürlich alle Kinder auf dem Spielplatz müde machen, ne? Dann nochmal Pipi und dann endlich der Gang durch den Shop. Hör mal, das haben die geliebt, ne? Ich musste dann immer sechsmal die Bifi verbieten. Hör mal, ich hasse die Bifi, oder Mütter? Bifi ist furchtbar, ich hab immer so einen Film, weißt du was ne Bifi für mich ist? Gepresstes Schwein in Kondom. That is the Bifi. Ich hab gesagt, ne, es gibt keine Bifi. Nimm einen Müsli-Riegel, einen Appel, aber bitte keine Bifi, ne? So, dann wieder schnell auf das Klo und dann ab in den Bus. Und einmal ist es passiert, wir sind ja nun mal viele, wir fahren los, ne? 20 Kilometer später, von hinten, Mama, Mama, der Jeremy, der ist nicht da. Wieder lala, wieder lala. Ich sag, halt die Klappe, ich unterhalte mich grad mit dem Papa, ne? 10 Kilometer weiter weg, der etwas ältere im Sortiment. Ich will ja nicht nerven, ne? Aber der ist ehrlich nicht da. Krass, ey. Pass auf, der Holzfäller, ne? Ruckelt einmal am Rückspiegel, guckt einmal da durch und dann kam von dem Holzfäller ein ganz trockenes, kanadisches, stoisches Oh Fuck. So. Hör mal, wenn der Holzfäller Oh Fuck sagt, da kannst du davon ausgehen, da ist hollande Not, ja? Ich dreh mich um, ich zähl die Köppe, der war wirklich nicht da. Hör mal, wir fahren die Ausfahrt wieder zurück und so kleine Jungs, die sind perfide. Pass auf, sagt der eine hinten, Mama, wenn der tot geht, kriegt er Zimmer. Was zum auch vorstellen, ne? Hölle! Ich, ja, wir kommen da an, ich spring als Erste aus dem Bus, ich renn in den Tank an der Gaststätte. Pass auf, wer sitzt Beine über Kreuz auf der Theke, eingewickelt in eine Thermodecke, ein Berg von Süßigkeiten, ne Traube von Menschen, Polizei, Jugendamt, alles was... In jeder Hand ne Beefy! Wer sitzt da und gibt ne Pressekonferenz? Jeremy, ja? Und ich komme angerannt und ich höre, wie der sagt, ja, das passiert bei uns öfters. Ja, die Mama, die Mama hatte ihre Drogen noch nicht, ja. Ja, und... Und die Oma, die Oma, die rubbelt uns immer mit Alkohol, ja. Wat? Meine Mama, meine Mama, die arbeitet, ja. Die Männer klatschen und die verdient richtig viel Kohle! Dankeschön! 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 Ja, schratsche, Kind, geh! Danke! Ja, ich komm zurecht! Ja! So, der Mann, der da bei mir zuhause in derselben Wohnung wohnt, in der ich persönlich lebe, der ist ja im Moment noch im Garten, aber bald kommt er wieder rein. Ne, da fragt man sich, was machen Männer dann, wenn die langen Winter, was machen die in ihrer Freizeit? Also, früher war ja ganz einfach, früher musstest du ja als Frau ja nur sagen, Schatz, ich hab kalte Füße. Dann hat der Mann sich auf den Rücken geschmissen und ist so, äh, wie so eine kalbende Seekuh, hat er sich so unter die Heizung gewälzt und hat diesen Entlüftungs-Dingens, bis das warm wurde, ne. So, aber jetzt kannst du dir dazu nix mehr gebrauchen und damals hab ich ihn immer gelobt, hab ich ihm ein Stück alte Mettwurst im Mund geschoben. Super. Ne. So. Ah. Jetzt hab ich natürlich so, aber das könnte so gehen. Das sieht ganz gut aus. Warte, ich mach das hier nochmal. Ja, vielen Dank. Danke. Komm mal. Ständer aufbauen, leichteste Übungen. Nein. Weißt du, was der Mann, was der Mann da bei mir zu Hause, was da jetzt, äh, was da jetzt, äh, macht? Also, äh, der macht Lego. Ich hab auch immer gedacht, Lego wär was für Kleinkinder. Nein. Der baut ein Kipplaster. Von Volvo. Aus Lego. Ich werd, ja, ein Kipplaster. Ich weiß nicht, was ein Kipplaster ist. Da ist auf jeden Fall kein Muldenkipper. Oder ein Radlader, das ist was anderes. Von diesem ganzen Gedöns, was jetzt ja bei uns, da ist kein einziges Stück, was auch nur entfernt nach Lego aussieht. Das sind 1300 Teile. Ne. Und eine Gebrauchsanweisung, also das Wort Gebrauchsanweisung ist ein Understatement. Das ist ein so dickes Buch, so was Dickes hat der Mann noch nie gelesen. Und jetzt Seite für Seite. Weißt du, was wollen wir mit dem Kipplaster, wenn der fällig ist? Was bei uns im Haushalt muss gekipplastet werden? Kann der Mann... Kann der Mann mit dem Kipplaster die Spülmaschine einräumen? Nein. Kann er nicht? Kann er noch nicht mal mit ohne? Also. Ich nehm dem einfach drei Teile weg. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber dieses Technikgedöns und Männer. Wisst ihr, wann das anfängt, meine Damen? Wisst ihr, wann das... Das fing an mit der Stenorette. Ja, Stenorette. Und als Beweis zeigen wir einen Original-Werbefilm aus den frühen 60ern. Bitte schön. Die Uhr schlägt sechs. Die Arbeit ruht. Ein jeder eilt, um Wohlgemut den Feierabend zu verbringen. Mit Kino, Tanz und anderen Dingen. Nicht so ist es bei Schulz und Co. Die Sekretärin, Fräulein Quast, hat längst ihr Rendezvous verpasst. Vor Müdigkeit ist ihr ganz schlecht. Herr Schulz, Herr Schulz wie ungerecht. Acht Stunden schrieb sie wie ne Biene. Sie ist ein Mensch, keine Maschine. Tja. Wenn man ne Maschine hätte... Man hat sie ja. Die Stenorette von Grundig, der ein jedermann so lange will, diktieren kann. Ein großer Vorteil ist dabei. Das Fräulein Quast hat abends frei. Jawohl. Für beide ist es ein Segen. Sie kann sich endlich einmal pflegen. Er kann diktieren ohne Pause. Ob auf der Reise, ob zu Hause, nie müde wird die Stenorette. Die Stenoblocks sind abserviert. Die Stenorette triumphiert. Ja. 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 So fing das alles an. Also, meine Damen, ich kann euch nur empfehlen für die langen, jetzt die Herbstmonate. Kauft eurem einen Laubbläser. Nein, aber nicht einfach so ein Pipi-Ding für in die Hand zu nehmen. Nein, sondern so einer mit einem riesen Rohr, was man sich umschnallen muss. Ne? Weil der Rückstoß so extrem ist. Und dann geht der Mann Tage lang. Geht der... Ne? Da. Oder einen aus Lego. Egal. So, jetzt kommt eine Frau, die ist nicht nur eine begnadete Musikerin und Singer-Songwriterin, sondern sie ist auch eine witzige Sachensagerin. Und außerdem kommt sie frisch aus dem Urlaub und ist braun und zwar nahtlos aus Hamburg. Kati Freundschuss. Hey! Kein Problem. Schönen guten Abend. Danke schön. Ja, ich bin heute in Köln angekommen und in meinem Hotel war eine riesen Menschenmenge. Warum? Die Castings laufen wieder, ne? Super Talent, neue Staffel waren die am casten. Und ich dachte, Mensch, wenn das kein Wink des Schicksals ist, da machst du mit. Hab mich sofort unter falschem Namen angemeldet und da auch mal mitgemacht. Hallo, ich bin die Tamara. Ich mache Breakdowns. Und singe deutschen Sohl. Wir haben in Deutschland schon immer den Sohl gehabt. Auch schon vor vielen hundert Jahren. Brauchen wir uns nicht hinterm Amerikaner zu verstecken. Und jetzt das Lied. Und jetzt das Lied. Kni Kli 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 Ey, das ist so lieb, dass ihr klatscht, aber soll ich euch was sagen? Ich bin nicht weitergekommen. Das ist eine Unverschämtheit. Was soll das heißen? Bin ich nicht peinlich genug? Es könnte fast beleidigt werden, oder? Ich meine, was suchen die überhaupt noch in Deutschland? Man hat das Gefühl, alles, was es an Würdelosigkeit gibt, haben die doch schon abgecastet. Mehrfach teilweise sogar. Oder? Ja, naja. Nee, ehrlich, ich meine, tausende von Spacken haben sich singend blamiert. Ich glaube, wir hätten die eher einen Therapieplatz brauchen können mal. Und tausende junge Frauen haben gelernt, wie man auf den Laufstegen dieser Welt besteht und dass man als Frau nur was wert ist, wenn man eine Figur hat wie eine Stabheuschrecke. Und damit posieren kann, als hätte man ein Inkontinenzproblem. Mit diesem Gesichtsausdruck, so nicht mehr alle Latten am Zaun, frisch von der Lobotomie. Wo soll das hinführen? Naja. Man fragt sich, wohin führt das? Aber ich glaube, denen fällt was ein. Ich glaube, denen fällt was ein. Man kann noch so viel casten, man muss das alles nur so ein bisschen konsequenter sehen. Das Blickfeld etwas öffnen. Und, ach, ich sehe es schon vor mir, Castingshows in ein paar Jahren. Und den Titelsong einer solchen Castingshow habe ich heute schon einmal mitgebracht. Du bist irgendwo da draußen, bei Tag und auch bei Nacht. Die Flasche ist dein bester Freund, der Himmel ist dein Dach. Menschen gehen einfach weiter, dein Flehen bleibt ungehört. Was sind das bloß für Menschen, die dein Anblick vor dem Kauf ausstört? Doch jetzt kommt deine Zeit. Raff dich auf, mach dich bereit. Deine Träume lernen fliegen. Lass die Tüten und den Schlafsack liegen. Deutschland sucht den Superobdachlosen. Einmal Star im Rampenlicht. Das Schicksal übersieht dich nicht. Deutschland sucht den Superobdachlosen. Und wir sind alle mit Dach ein. Du lebst unter der Stadthausbrück, hast statt nem Haus ne Brücke, glaubst. Deine Stunden sind gezählt, weil ich die Erinnerung quäl. An verlangene Tage, die echt hart waren. Keine Frage, es ist ein schweres Los, das Obdachlose. Aber hier kommt deine Chance auf ein besseres Leben. Uns haben alle anderen dich auch längst schon aufgegeben. Du streikst den Königs aus der Asche, liegst nicht mehr an und auf der Tasche. Du schreibst Geschichte heut' Nacht. Deutschland sucht den Superobdachlosen. Deutschland sucht den Superobdachlosen. Und wir sind alle mit Dach bei dir. Du bist mindestens 18 Jahre alt und lebst schon mehr als drei Jahre auf der Straße. Dann bewirb dich jetzt. Anmeldeformulare findest du bei allen öffentlichen Tafeln, bei der Heilsarmee oder deinem Bütchen an der Ecke. Deutschland sucht den Superobdachlosen. Und wir sind alle mit Dach bei dir. Ja, ihr seid alle mit Dach bei dir. Ganz Deutschland ist gut dabei. So, das war's wieder. War für'n bisseligen Donnerstag doch gar nicht so'n schlechten Abend, oder? Yeah! Heute Abend mit dabei aus dem Ruhrgebiet Camila de Cineo als La Senora. Aus Berlin V&B-Slammerin Kirsten Fuchs. Aus von Margie Genski. Und aus Hamburg, Katie Freundschutz. Und unser Gastgebing, Gerburg Janke. Danke. Danke. Also, hier bei uns in Deutschland ist ja gerade eine echt nette Stimmung, was Flüchtlinge angeht. Willkommen in Deutschland. In Amerika. Ja, Katie. Alles klar. In Amerika, da will gerade ein Mann Präsident werden, der hält alle Mexikaner für Vergewaltiger und Kriminelle und Frauen für fette Kühe, die wahrscheinlich gerade am Menstruieren sind und keine eigene Meinung haben. Es ist Chicken Mac Trump. Oder auch ein IQ wie Obst. Jetzt entschuldige ich mich natürlich beim Obst. Oder hier etwas Überfahrenes. Ich sag mal so, die Amis haben ja die Wahl. Die können ja auch einen wunderbaren Neger wählen. Oder eine Frau, die schon etwas älter ist, die nicht mehr menstruiert und die nicht Clinton heißt. Und da, Leute, komm ich ins Spiel. Miss President. Motto hab ich auch schon. Yes, you can me mal. Gute Nacht.